Der Tod und die Auferstehung von Amerika 9. April 2015 Worte von Jesus an Schwester Claire Ich kam heute Abend sehr spät ins Gebet und nach ca. 20 Minuten mit dem Herrn in der Anbetung sah ich uns in schwarz Ich trug ein schwarzes Witwenkleid und Jesus trug ein schwarzes Witwergewand Er begann Der Tod von Amerika Geistig und physisch Du weisst genau, was gespielt wird an der Oberfläche Säbelrasseln, Übungen in der Nähe des Nordpols Alles nur Show Der Mann, den die Menschen euren Präsidenten nennen Der Mann der List und Intrige Der sein Amt erlangt hat durch Betrug Spielt den Massen nur etwas vor Damit es authentisch aussieht Wenn die Zerstörung kommt In Wirklichkeit ist es jedoch nichts weiter als eine oberflächliche Show Um die Zerstörung aller Staatshoheiten zu erreichen Damit nur noch eine einzige die Welt beherrschen kann Er hat einen herausragenden Job geleistet, um dich Amerika zu zerstören Und ich habe es zugelassen, weil du die Hure gespielt und mit jedem Vorbeikommenden geschlafen hast Während ich, dein Ehemann, daneben stand Als jeder seine Runde in unserem Bett trete Und jetzt, was soll ich sagen? Die zehn Hörner, welche du gesehen hast und das Tier Werden die Hure hassen und sie verwüsten und nackt ausziehen Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen Denn ich habe es in ihre Herzen gelegt, dass sie meine Absicht ausführen Indem sie ein gemeinsames Ziel haben Und ihr Königreich, dem Tier, dem Biest übergeben Bis meine Worte erfüllt sein werden Das ist wirklich, was ich sage Nichtsdestotrotz bin ich immer noch bei euch Genauso wie Hosea auf Gomer wartete Bis sie ihre Hurerei beendete und ihrer geheimen Liebhaber überdrüssig wurde Ja, allerdings, Amerika Ich bin immer noch da Und wenn ihr mich mit eurem ganzen Herzen sucht Werdet ihr mich tatsächlich finden Bereit, euch mit mir zu versöhnen Sagt der Herr, euer Gott Also, in der Hitze eurer Verletzungen Wendet euch an mich und ich werde euch trösten Ich werde eure Verbrennungen reinigen und medizinisch behandeln Ich werde euch mit sauberer Wäsche kleiden Und ich werde euch richtig führen Und die ruinierten Häuser wiederherstellen für euch Ja, ihr werdet genesen Ihr werdet mir wieder treu sein Ich spreche nicht zu den abscheulichen Anbetern von Baal Für welche eure Hauptstadt gebaut wurde Nein, ich spreche nicht zu euch Denn ihr werdet völlig zerstört sein Sogar in eurem unterirdischen Land Wo ihr euch so sicher fühlt in euren Särgen Euch berücksichtige ich nicht mehr Denn ihr werdet mir nicht mehr im Wege stehen Ich spreche zu den Herzen von Amerika Die weiter an der Vision festhalten Die ich inspiriert habe Jene, die ablehnten mit Ausländern zu schlafen Jene, welche die Gierigen nicht überwältigen konnten Die dominiert und geherrscht haben Über oberflächliche und leichtgläubige Menschen Die darauf ausgerichtet waren Für ihre Bequemlichkeiten zu leben Ich bin mit euch Geht mutig vorwärts Ich selbst werde mit euch sein Und am Ende wird das, was für euch geplant worden ist, scheitern Und ihr werdet euch erheben aus der Asche Um der Welt beizustehen und in Harmonie sein Mit meinem Königreich, wenn es kommt Um alle Menschen von dem Unterdrücker zu befreien Mein Friede sei mit euch Söhne und Töchter von Amerika Die an der Vision der Gerechtigkeit festhalten Lähmende Schläge werdet ihr empfangen Aber ich werde wieder herstellen Und noch einmal mein Vergnügen an euch finden Wenn euer Land zu mir zurückkehrt Eine Nation unter Gott Der mit euch leidet Der Gott, der euch liebt Und eurem Land grosse Schönheit schenkte Und der Gott, der euch sicherlich wiederherstellen wird Haltet euch an diesen Worten fest Denn sie sind treu und wahr Ich lade dich herzlich ein In die Familie der Herzbewohner von Jesus Den Link findest du unterhalb des Videos Oder rechts oben auf der Webseite Der Name des Blogs ist Heaven Talk Für Herzbewohner Wir freuen uns auf dich Meine liebe Schwester Mein lieber Bruder Jesus bittet uns Seine Liebesbotschaften Auf der ganzen Welt zu verbreiten Wenn dein Herz auch bewegt ist Von seinen Liebesbriefen Und von seiner Bitte Danken wir dir in seinem Namen Für die Mithilfe Seine Liebe und seine Liebesbotschaften Den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen Lasst uns seine Liebesbotschafter sein In dieser letzten Stunde Wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen Die Liebe und der Segen unseres Herrn Sei immer mit dir In unserem Kanal findest du Alle deutschen Botschaften Auch in Englisch Für den Rest der Welt Lob und Preis Unserem Gott und Erlöser Jesus Christus Yahushua Hamashiach Vielen Dank fürs Zuhören Und alles Liebe für dich Ichнибудь deinen Pfăn Wo was es nicht schön ist? Erlöser You Everybody